Ja, hallo und hallo und willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite Daily Shop News mit mir immer gleich. Ja, ich sehe heute ein bisschen anders aus. Heute bin ich mal dämonisch. Warum bin ich heute dämonisch? Weil heute im Shop ist Dämonika. Und Dämonika ist eine geile Schnecke hier. Schaut euch das an. Was ein Hammer. Da vor oben die Hörnchen hier. Lack und Leder. Äh, teuflische Schwingen. Und mit dem Schwänzchenwedel sah er auch geil. Guck mal da unten die Flammen an den Stiefeln. Mega geiler Skin. Wirklich mega geiler Skin. Für 2000 V-Bucks kriegt von mir 10 von 10. In der englischen Version heißt das Ding Malice. Schauen wir mal wie da. Da haben wir schon 4 von 5 bei einem Boot. Ein Boot ist zumindest schon mal drauf. Ich finde das Ding mega krank. Das hier ist ja wohl Oberknüller. Die heiße Hacke. Und Leute, die will ich haben. Unsterbliches Instrument. Feuriger Riffs. Teil des Teuflisch-Sets. Für 1200 V-Bucks. Ui, ui, ui. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ist das geil. Das Ding ist fett. Ist eine Gitarre, ne? Übrigens, wie ihr seht, hier unten die Saiten. Da kann man hier... Hey, das Ding, das ist einfach nur krank. Mega. 10 von 10. Ist bis jetzt noch kein Boot drauf. Kommen wir zu den Daily Items. Da haben wir die Luftrettung. Kriegt von mir auch 10 von 10. Was denn heute los hier? Ehrlich, wahr? Also, was ein Hammer. Hier, 10 von 10. Airlift. 4,22 von 5 bei 27 Votes. Dann haben wir das Wassereis. Boah, bin ich jetzt... Ich bin jetzt nicht so begeistert davon. Obwohl ich das jetzt gerne hätte. Kriegt von mir 5 von 10. Das Wassereis. Und... Ui, 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 ui. Ja, der kommt doch gut an, ey. Ihr liebt Wassereis. 4,63 von 5 bei 8 Votes. Alter, Vater. Für 800 V-Bucks das Wassereis. Der Highrise Trooper für 800 V-Bucks. Ich finde den nicht gut. Das wisst ihr. Auch wenn es wieder mal ein Schwitzerskin ist. Heißt für mich nicht, dass ich den toll finden muss. Kriegt von mir 3 von 10. Der Highrise Assault Trooper. Schauen wir mal da rein. 3,15 von 5 bei 20 Votes. Und heute werde ich natürlich richtig durchgenudelt. Das wahre Herz ist auch wieder drin. Das ist wieder mal für meine... Oh, für meine Nerven. Zu viel Bling-Bling. Zu viel Sternchen. Zu viel Herz. Zu viel... Uuuh. Trotzdem. Der Gleichi ist ja inzwischen schon hier total... ...verweichlicht geworden. Durch dieses Spiel und durch diese Shop-Videos. Dickt das Ding jetzt von mir trotzdem. 7 von 10. Ich weiß. Ihr liebt das wahre Herz. Boah. Macht das weg, ey. True Heart. Da haben wir dann hier... 4,69 von 5 bei 54 Votes. Elektroswing. 8 von 10. Elektroswing. Elektroswing. 8 von 10. Hier haben wir 4,77 von 5 bei 70 Votes. Ja, und dann kommen wir zum Letzten. Oh, jetzt muss ich wieder. Ich weiß. Jetzt ecke ich wieder an. Der blöd gleich. Gibt das dem Kommando wieder scheiß Note. Es schwitzt das gehen, blöd Mann. Ich weiß es. Ich hasse das Ding trotzdem. Der sieht scheiße aus. Und wenn er scheiße aussieht, kriegt der von mir scheiß Noten. Geht von mir 2 von 10. Der Kommando. Es tut mir leid. Ich weiß. Da werden jetzt wieder einige die Hände über. Der blöd gleich. Was macht der denn da, der Depp? So, hier haben wir jetzt mein... Da, hier. 3,89 von 5 bei 55 Votes. Ja, Leute. Wenn euch das heutige Video gefallen hat, dann lasst mir mal einen Daumen nach oben. Schreibt mir was in die Kommentare. Abonniert den Kanal und schaltet das nächste Mal wieder ein. Wenn es wieder heißt, Fortnite Daily Shop News mit mir, dem Herrn Gleich. Leute, ich freue mich auf euch. Macht's gut. Bis dann und tschüss.